Woher, wo siehst du es? Oh, hier ist einer gespawnt. Ja, tötet ihn einfach. Der stirbt alleine. Der ist einfach so gestorben. Hallo Leute und herzlich willkommen wieder zurück zu Minecraft Hexlands. Und dabei ist... Der Mr. Butternut. Diesmal keine P-D-Stimme. Ja, Mann. Vorhin fällt die Fail-Aufnahme, ich war mit einem falschen Account drin. Kommt auf einmal so, Mr. Butternut. Ja, Mann. Das war so geil. Ich hätte das gerne noch drin. Ich muss mal gucken, ob ich das noch irgendwo habe. Ich glaube, ich habe es gerade noch gelöscht. Weiß ich jetzt nicht. Egal. Ah, da unten bist du. Hallo. Da unten, wo bist du? Oh, hi. Da vorne läuft jemand rum. Ach, das ist ein Villager. Ach so. Oh, okay. Sind jetzt eigentlich die Zombies so eingestellt, die Monsters? Ja, Monster sind eingestellt. Die waren schon. Aber wir hatten das Glück, dass bei unserem Dorf gerade irgendwie kein Spawnpoint ist. Oh, ich gehe mal gucken, ob hier das Licht schon an ist. Ja. Sieht besser aus. Ich gehe mal kurz gucksen. Ey, da fliegt ein Taubsi. Ob wir ein bisschen guten Cobblestone farmen können. Ja, sagst du auch Taubsi. Ja, Mann. Taubsi. Das ist ja auch nichts anderes. Selbst wenn es keine Taube ist. Ja. Obwohl ich finde, das Pokémon-Taubsi ist ja auch nicht so aus wie eine Taube. Weißt du, was ich Asti seltsam finde an Pokémon? Was denn? Es gibt so ein paar Sachen, die einfach sinnlos sind bei Pokémon. Wie so ein Beispiel. Du musst, wenn du dir einen Flug-Pokémon fängst, musst du ihm erstmal beibringen, wie man fliegt. Nice. Du musst ihm erstmal die Attacke fliegen beibringen. Genau das gleiche auch bei Wasser-Pokémon. Du musst ihm erstmal Surfer beibringen. Und... Oder... Ey, Hopp, du kannst, äh, Dings, dem... Einen der fettesten Pokémon, also das war früher so, aber wurde mittlerweile verändert. Ich habe Diamanten gefunden. Jetzt schon? Wo bist denn du? Ja, die sind hier im Canyon drin. Hier sind voll viele Erze. Okay. Ich mache mich sofort rein in den Canyon. Ich habe keine Eisenspitzsacke. Ich kann es noch nicht abbauen. Ha! Ich habe auch nur eine Steinspitzsacke. Mach dir nichts draus. Das kannst du... Hier... Eines der fettesten Pokémon, Klurak, gell? Äh, Klurak? Relaxo ist das fetteste, Mann. Ja, aber hier eins mit Flügeln, meine ich gerade. Und, ähm... Oh, 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 wo, 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 wo? Ah, man, 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 man. Was ist los? Da ist gerade ein Meteor runtergekommen. Hä, wo? Also einer dieser Sternschnuppen. Die schmatze ich mir gerade mal. Ja, okay, mach doch. Ich wollte die auch holen. Okay. Kann man eigentlich Redstone mit, ähm, Steinspitzsacke? Äh, nein, dafür brauchst du Eisen. Okay, dann bleibst du weiter. Und hier bei dem Klurak, das hat Flügel, kann fliegen und sowas, aber es kann die Attacke fliegen nicht lernen, also so in-game. Hä, doch? In den alten Versionen ging das nicht. Achso, ja, weiß ich nicht. Aber, das heißt, das Riesenvieh konnte sich nirgendwo hinfliegen, aber du kannst im Taubsee, das ist ungefähr 20 cm großes Fliegen beibringen, nirgendwo hinbringen. Verstehst du? Irgendwie hab ich nie so dran gedacht, so richtig. Das ist so genial. Pokémon-Logik, eins. Ja, es gibt aber übelst interessante Mythen darüber. Ich fand geil, dass man in den neueren Versionen gibt's ja die Attacke Dive, ne, also Tauchen. Und da hast du halt ein Pokémon, ne, der auch vielleicht grad mal ein Fisch ist oder so, ne, kommt ein bisschen kleiner zu. Genau, und du kannst halt so lange wie du willst unter Wasser bleiben. Bist du in ihm drin oder so, kannst du irgendwie unter Wasser atmen, checke ich irgendwie auch nicht. Also in der Serie haben sie es so gelöst, dass die dann so eine Blubberblase an den Kopf kriegen. Nice, ich kann mich hier nur erinnern, dass die immer auf den Laparas gereitet sind. Ach, gesurft, nicht gereitet. Und hier, denkst du, deine Stimme hat sich grad leicht, slightly verändert, aber... Slightly? Slightly. Klein, bisschen, mini. Ist sie dicker, oder? Ist ein bisschen tiefer geworden, aber ich glaub, das wär eh nur ich. Okay. Das ist ab und zu bei Skype, das Ganze, ja. Auch bei TeamSpeak ist das so. Ja, ich find das scheiße. Ich hab, wenn ich immer meine Videos am, am Rändern bin, dann merk ich immer, dass meine Stimme so tief ist. Ich mag das gar nicht. Ich hab mich an wie... Der Villager hier geht dauernd die Tür rein und raus. Das nervt mich grad so ein bisschen, weil er nicht blickt, dass es da nicht rausgeht. Ey, nicht töten, nicht töten, nicht töten. Du hattest vor, die Villager in dieser Folge... Oh, fahrt. Nein, 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 nein. Erstmal, ich hab ne Truhe gefunden, da haben wir ganz, ganz viel Kram drin. So, Iron Pickaxe Head, Paper Knife und sowas. Das sind so Einzelteile und dann Pisten haben wir gefunden. Und dann noch, äh, Gießköpfe. Ja, aber wirst denn du? Hier. Guck mal nach draußen von unserem Haus aus. Welchen Haus? Unserem, da wo wir auch die zwei, also unsere Truhe hinhaben. Ach so, ja, warte. Ich muss irgendwie runter ohne Damage zu kriegen. Okay. Ah, guck mal dahin. Siehst du mich? Ja. Und hier, komm mal hier rein. Ich hab da unten so ein Loch reingehauen, also da. Da hab ich nämlich so ne Truhe erspäht und guck mal, was da drin ist. Die lassen wir da, aber ist nämlich ein ganz nettes Haus hier drin. Ach da, warte. Ich komm hier rein. So. Ach so, äh, auf der anderen Seite war auch sowas in der Art. Komm mal da rein. Nice, was ist denn... Und guck mal hier rein. Hattex Head. Hier ist das Beste überhaupt, komm mal. Das ist für das Mighty Smell Ding. Ach so, ja, das ist, ähm, warte mal, komm mal mit. Die müssen wir kaputt machen, ansonsten verschwinden die nicht, weil die spawnen ja auch bei Tag. Ich wollte das... Warst du auf der Insel da oben drauf? Hä? Warst du auf der Insel da oben drauf? Äh, auf der da oben nicht, aber auf der da hinten. Ja, da meinte ich, lol, da fällt grad ein Slime auf den Baum. Flop. Leute, der ist einfach kleiner geworden. Ja, Mann. Ein Glück, dass die sich nicht aufteilen wie die normalen Slimes. Ich geh mal gucken, wie es in der Insel aussieht da oben. Ich geh ein paar Slimes farben, weil ab und zu lassen die interessante Sachen droppen. Ja, allgemein die Monster. Ich bin grad auf dem Weg den Berg hoch. Ich besteige den Berg. Also ganz hochgekommen bin ich nicht, weil du brauchst da eine Schaufel. Wie, du brauchst eine Schaufel? Ansonsten baust du den Sand da drin ab, wie... So langsam wie mit normalem Stein, also wenn du mit der Hand Stein abbauen würdest. Ich hab ja eine Schaufel. Stone Sign, Flint, Grizzle Head. Ach du Scheiße. Slime, Slime Sword Blade. Das, das, was? Nicht dein Ernst. Man kann sich auch Slimes ins Schwert machen. Jep, anscheinend schon. Ich frag mich nur, wie man den ganzen Kram wieder zusammenpacken muss. Bruns, so ein Medium Girl, Paper, Papier Axt. Was soll der Scheiß? Mach dir eine Papier Axt. Na ja, ich wollte... Ah, ich brauch Eisen. Ich hab da zwar ein Iron Pickaxe Head. Oh, ist das nice, Alter. Oh, nee, doch nicht. Ich will grad was wissen. Ich hab noch... Ich hab noch... Was ist... Was ist los? Das ist ja Pudding, das ist Gelee oder sowas. Ja, da drin versinkst du, ich würde schnell rausgehen. Und es gibt so Slime-Geräusche von sich. Ja, ich hab die Geräusche ausgestellt, weil er immer zu laut in meinen Head... Äh, Headsets ist. Ich mach einfach Hintergrundmusik immer. Das ist von... Ja, bei mir ist die Hintergrundmusik immer aus. Apropos, wollen wir mal ne Playlist einführen, oder? Äh, ich hab eigentlich ne Playlist. Ich muss mir noch einer stellen. Wahrscheinlich lade ich mir einfach die von Kronk runter. Ehrlich, das kann man so runterladen? Ja, irgendjemand hat das hochgeladen in vier Parts, weil die so riesig ist. Wie bist du denn da jetzt hochgekommen? Ich... Ich hab mich... Copy. Kabel ist der... Na, hättest wenigstens so bauen können, dass andere da auch noch hochkommen. Ego ist der. Entschuldigung, ich hab einfach... ...so gebaut, dass das, äh, für mich sehr einfach war. Das mach ich jetzt auch, Pa. Okay, wir können uns eigentlich auch ne Treppe machen. Ja, ich hab die Abkürzung nach unten genommen. Wau, wau, wau. Ich mach so. So. Der Gelee bringt uns leider nicht viel aus der Schleimwelle, das bedeutet, dass es ganz viel essen. Ja, ich wusste erst gar nicht, dass man die essen kann. Das war für mich voll neu, als du das gesagt hast. Okay, der Baum ist grad ein bisschen verspätet, kaputt gegangen. Ist das ernst, ich hab grad für eine Sekunde dann ein Shift, äh, losgelassen, schon falle ich auf die Schnauze. Ah, hier oben kriegt man Gizal-Seeds, damit können wir uns Chocobus fangen. Also zischt... Die gibt's eigentlich überall gerade. Ja. Ne, 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 ne. Woher, wo siehst du's? Oh, hier ist eine gespawnt. Ja, töte den einfach. Der stirbt alleine. Der ist einfach so gestorben. Ja, irgendwie kriegt man... Ist da oben auf so Inseln ab und zu so übelst der Fail, weil da hab ich auch schon so ein... Hier, Boss-Zombie hingeführt, also als ich da noch auf dem anderen Server, auf dem Vakuum-Abel-Server, weißt du noch? Ja. Da war da oben so ein, äh, Zombie-Boss gespawnt. Dann wollte ich den killen, da hat er einfach auf einen Schlag plötzlich irgendwas mit 2000 Schaden bekommen und war weg. Hattest du Bane of Pigs? Ne, Bane of Pigs macht weitaus mehr Schaden. Ja, das... Mein Bruder hat das vorhin ausprobiert. Na, das ist eh übertrieben, das Ding. Das hat so fast... Das killt einfach in den Urgeist sofort. Ja, Mann. Aber der Slime ist einfach... Oh, hier muss es doch irgendwo Eisen geben, ich glaub's doch nicht. Der Slime ist einfach nur hier wegen meinem Einblick vorhin gestorben. Ich guck ihn an und er stirbt. Okay. Ja, warst halt zu hässlich für den. Nein, ich bin halt nur sehr gefährlich. Oh, hier ist ein Villager, was kann... Geh du mal weg. Diamond Picker. Achso, ja. Enchantity. Ach, da. Öh. Okay. Jetzt weiß ich, warum du hier darin bist. Ich kann dich verstehen. Wieso? Ein Villager ist ja... Okay. Ich werd grad, glaub ich, von nem Pferd getötet. Von wer? Von nem Pferd. Achso. Ja, du bist wie Dena. Der wurde auch sofort erste Folge von Pferd getötet. Alter. Ich fand das so geil. So, ich mach den Typ erstmal hier so einen Weg nach oben. Okay. Na, na, na. Raus zumindest. So, jetzt kannst du raus und rein. Ich sehe kein Eisen. Ah, wir brauchen Eisen. Das gibt's doch nicht. Irgendwie ist hier Eisen seltener als Diamant. Apropos, ich geh jetzt wieder ein bisschen Cobblestone farmen. Um wie viel Uhr haben wir angefangen aufzunehmen? Um 55. 55, okay. Dann ist ja noch ein bisschen Zeit. Ja. Nur ich... Es ist voll blöd, sich an so Zeiten halten zu müssen. Ja, das... Wir können natürlich eigentlich schon endlich Folgen hintereinander aufnehmen. Kommt drauf an, wann wir es so hochladen. Ja, also, keine Ahnung. Könnten wir eigentlich auch theoretisch schneiden einfach nur, aber ich find das einfach nur... Eigentlich find ich das scheiße, mit dem Schneiden so. Aber wenn man zu lange Folgen hat, dann kann man eigentlich... Ist das eigentlich das Beste, was man machen kann. Schneiden ist eigentlich für mich so eine Notlösung, falls ich aus Versehen vergessen hab, hier... Achso. Hier... Zum Beispiel Aufnahme aufzuhören, falls ich einfach nicht auf die Uhr geguckt hab und aus Versehen so 30 Minuten aufgenommen hab. Dann schneid ich dann 2, 15 Minuten. Ja, okay. Ich fäll jetzt einfach mal so einen Riesenbaum ab, dann haben wir mehr als genug Holz. Ja, hab ich vorhin auch... Bist du grad in diesen... Wie heißt das? Twilight Forest oder so? Tannenwald. Achso, Tannenwald. Twilight Forest, da müssen wir über ein Portal hin. Das können wir sogar herzlich schnell machen, wenn wir einen Diamanten haben. Achso, ja, Twilight Forest... Genau, das ist da, wo die... Wo die ganzen Labyrinth und so sind und keine Ahnung. Ich hab einen Turm gefunden, der intakt ist. Also haben wir gleich einen Turm bei uns in der Nähe. Das ist ganz nice. Außerdem, mir ist grad was eingefallen. Im Twilight Forest könnten wir uns übrigens verpissen, falls die uns angreifen. Hä, wie? Wir könnten uns verpissen. Falls wir noch nicht aufgebaut genug sind und die werden uns hundertprozentig im Twilight Forest nicht finden. Ja. Das wäre eine gute Idee, eigentlich. Dann machen wir uns eine eigene Stadt. Dann haben wir die Stadt schwarz und wir machen noch eine eigene... Ey, was ist denn... Was soll denn der Scheiß? Eben grad ist... Allerdings ist nur so der Untergrund des Baums einfach durch den Timer-Mod entfernt worden. Aber der Rest steht einfach. Ganz oben, oder wie? Ne, fast der gesamte Baum steht noch nur vom Stumpf, der ist nur abgegangen. Da, wo dann die Blätter anfangen, ist es einfach geblieben. Okay, hast du auch, äh, ne Axt benutzt? Ja, hab ich. Okay, dann weißt du... Aber nur eine Wooden-Axt. Kann sein, dass ich daran... Ja, nee, hab ich auch von benutzt. Der ist aber nicht der ganze Baum vorunter gefallen, so... Halt... Ich glaub, das ist doch an der Wooden-Axt. Ey, ich hab die von benutzt, die Wooden-Axt. Bloß ist sie sofort kaputt gegangen. Ja, mein auch. Was wollte ich grad machen? Ich spawne hier mal so ein Dings. Ich hab einfach grad Lust drauf, um einen Baum hier einfach, äh, in allem nicht zu spawnen, also... Zu trom? Zu pflanzen. Ja. Ich kenn den mir vom Friedhof. Ich würd mal sagen, ich mach den Friedhof ein bisschen schöner. Keine Ahnung, der sieht so komisch aus. So. Sieht doch schön aus. Auch noch einen schönen Boden. Ja. Ich hab noch einen Star Piece her. So. Und wir müssen noch was finden, wo wir, ähm... Ah, wir können die ganzen Karotten mal... Ah, ne, ich glaub, die sind noch nicht ganz fertig. Dammit. Ich mach mal eben hier Steps. In der Kiste. Wow, bin ich gut. So. Puff. Ich glaub, das... Was haben wir hier eigentlich alles? Weiß nicht, was ist das? Bronze... Bronze-Pick-Ecks-Head? Achso. Ja, das ist vollkommen. Da musst du die irgendwie zusammenbauen, oder so. Ja, muss man. Leider. Ähm. Wie machen wir das? Ich warte, ich mach eben... Ich will grad was ausprobieren. Hast du rein zufällig Sticks, oder so? Sticks? Ja, zwei Stück. Okay. Weil das Tolle an diesem Mighty Smelting, also an diesen Einzelteilen, ist, dass es weitaus sparender. Du kannst zum Beispiel eine Iron-Pick-Axe aus nur einem Eisen machen. Das hat schon so seine kleinen Vorteile. Okay. Also, ich bin wirklich... Mit Hexit kenne ich mich gar nicht so gut aus. Okay. Da bin ich noch totaler Einstieg. Ich bin noch totaler Noob. Wie man immer so gerne sagt. Ich mach grad das Friedhof so. Gönn schön verschönern. Ach, scheiße. Ich hab keine Ahnung, wie ich das machen soll. Da unten bauen wir mal einfach unsere Schmiede hin. Da unten, wo schon der ganze schöne Kram drin ist. Ich guck mal, ob in dem, äh, anderen vielleicht noch was drin ist. Oh. Ja. Weil es wär schon nice, wenn wir jetzt einfach mal so eine Iron-Pick-Axe hätten. Schon mal. Ne, da ist natürlich nix drin. Ach. Verdammt. Sieht das nice aus? Bist'n du? Part-Builder. Oh, warte. Ich weiß, was hier fehlt. Ach so, ach so. So. Dann weiß ich ja, wie wir jetzt eine, dings, Pick-Axe machen. Ha. Mit etwas Glück kann ich uns jetzt eine Pick-Axe machen. Und wie findest du's? Sieht auf jeden Fall besser aus wie vorher. Haha, war nur so ein bisschen. Puh. Flint. Ah, ne. Warum Flint? Ich mach mal so. Und dann so. Probier einfach aus, ob's funktioniert. Ähm. Was könnte man da eigentlich machen? Ja, Pick-Axe. Ich mach'n Bush. Ich kann kein Bush machen. Ich hab' keine Schere. Ich hab' ne Iron Pick-Axe, also ne Reinforced. Wie hast du die gemacht? Das gefällt mir. Ach, mit, das ist ein Pick-Axe-Stick, ne? Achso. Ich hab' die mit nem Pick-Axe-Kopf gemacht, ne Flint-Verbindung und nem Stick. Und dann krieg' die Reinforced 1 und Reinforced 1 hält länger. Apropos Pick-Axe, ich muss eben ne neue machen. Meine ist gleich kaputt. Äh, kann ich dir sogar machen, weil ich geh' jetzt die Diamanten abfarm. Da kannst du dir direkt eine aus Diamanten machen. Okay, lol. Ja, ich hab' meine eigentlich grad' schon eine aus Stein gemacht. Ich denk' immer, das bist du, der mir vorbeiläuft. Aber das sind die Villager. Oder wollt' ich grad' ja... Villager-Nerven allgemein. Oh, 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 komm mal, hier ist ein Rift-Portal gespawnt. Wo bist... Wo bist du? Ähm, Dings. Ich bin auf Koordinaten 1043, 2831, also auf dem orangenen Diamanten. Diamanten. Ja, also... Kann ich sie damit abbauen? Ja, kann ich. Yeah. In dieser Richtung, oder wo? Sind leider nur drei Stück. Bin grad' am überlegen, soll ich das Rift-Ding zubauen, oder? Weiß ich nicht. An die theoretisch gesehen könnten die sofort reinspringen. Oder sind zumindest einer. Problem beim Rift ist, ähm, bei denen da ist, die verschwinden. Du musst in welche reingehen, wo ne Tür davor ist. Dann verschwinkt die nicht, dann kannst du auch wieder zurück. Okay, dann geh' nicht rein. Ja, und das Problem ist auch ab und zu, dass du da drin in Fallen erscheinst, und dann spawnst du irgendwo am Arsch der Welt wieder. Das kann auch irgendwo 3000 Blöcke entfernt sein. Ich hab' Palm gefunden. Yay, Palm. Okay. Ich geh' mir mal die Dia-Spitzhack machen. Wo, 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 wo? Na, war nicht so schlimm. Okay, dann dicke ich mich hier rein. Ab, 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 ab. Wo, 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 wo? Freak Forky left the game. Die waren ja da, stimmt. Warte mal. Fabian. Ey, nicht alle weggehen. Nicht weggehen. Lol. Was los? Meine Spitzhacke kann Fackeln setzen. Was ist denn du für eine Spitzhacke? Oder, stopp mal. Ah, nee, das zieht mir. Das ist nur so ein Speed-Tool, glaub ich. Ja, das kann nur die Reinforcer, die Pickaxe, aber das frisst halt Fackeln aus meinem Inventar. Ich dachte schon. Nice. Ist einfach nur so ein Speed-Tool. Das ist nicht so zu den hier Fackeln-Square, los Villager, verpiss dich aus unserem Haus. Sag dir mal so, hi. Ich will, ich will Eisen finden. Ich will mir ne Schere machen, damit ich... Warte, ich geb dir die Eisenspitzhacke, ähm, wenn ich mir grad die, die... ...diamant gemacht hab. Ne, ich will einfach nur so Eisen. Oh, verdammt, ich will schon schreiben, ohne T zu drücken. Zap. Zack. Die Spitzhacke, willst du die Reinforcered, oder? Die hältst sogar herzen Schlange. Kannst du die aussuchen. Gott, da landen dauernd Slimes, das sieht Assi seltsam aus. Die so bestimmt grad so rum aufnehmen und ich laber einfach nur Scheiße. Was ich direkt aber machen könnte, wäre mal... Ich hab schon mal Gold gefunden. Und ich hab hier Tin gefunden. Aber du hast keine Eisen gefunden, oder? Scheiße, dafür braucht man Schaufel. Oh, heilig. Eisenschaufel und so hat ja jetzt an Sinn gewonnen. Damit kannst du sowas wie Aluminium und sowas abbauen. Nice. Okay, vorhin waren Eisenschaufeln eigentlich voll unnötig, weil man Schaufeln sowieso. Das ist das Tool, was man am wenigsten... So gut wie nie gebraucht hat. Ja, genau. Kann man sich... Ne, noch weniger hat man die Sensen gebraucht. Ah ja, stimmt, die... Äh, um hier Dinger zu machen. Dinger zu machen. Dings, ja, das Dings, weißt du, mit dem Teil, weißt du? Ist das ein besonderer Blue Slime, oder wat? Der hat so viel Leben. Naja. Wie heißt das jetzt nochmal? Ich hab ja total vergessen, wie das heißt. Was? So ne Farm, genau. Um zu farben. What the fuck? Da hat mir ein Zombie in der Diamantsense gespawnt. Äh, es stirbt nicht, ne? Sonst musst du dich abholen und du hast Ablaufsperre. Also sie spawnen ab und zu ganz interessanten Kram. Okay. Aber nur wenn sie stark sind, dann spawnen sie so Kram. Dein Ernst? Geht einfach so meine Fackel ab? Hab die doch gar nicht berührt, oder? Oder doch? Ja, nein. Also es lohnt sich schon, dass bei uns Slimes spawnen. Geben wirklich guten Kram. Ja. Und außerdem geben die uns was zu essen. Ja. Wir werden nie hungern. Wir fressen halt Schleim. Die geben halt immer nur ein Ding. Ein Hungerteil. Aber egal, ich hab jetzt eine Diamantsense, damit ist ein Schwert unnötig geworden. Komm her. Ich mach 10 Schaden pro Schlag. Ehrlich jetzt? Und das Schwert? 5 oder so, ne? 6. Keine Ahnung. Ich finde kein Eisen. Ich will Eisen. Ich will eine Schere machen. Jetzt fragen wir mich nicht, warum ich eine Schere mache. Ich will einfach Friedhoch, dass es schön aussieht. Ich meine, immerhin müssen wir... Ich hab die Aufnahme vergessen, ne? Was? Eigentlich müsste jetzt Aufnahmeende sein. Ja, gerade eben. Jetzt gerade? So, Aufnahme, Schluss, Aus, Ende. Dann würde ich auch sagen, beenden wir die Aufnahme für jetzt, oder? Okay. Dann bin ich dabei. Verabschiedest du dich und dann mache ich mit. Ja. Also, wir verabschieden uns für heute und wir sehen uns das nächste Mal. High Five und Adios. Ciao. Ich hab voll gegen die Kamera gehauen.